Die sechste Übung heißt Bewegung der Ganzheit. Da steht man auf jeden Fall bereicher als der eigene Körper, also die Arme drehen so locker bis zu den Knie und außen hin ist das beliebig. Die Knie sind nicht durchgestreckt, sondern locker und aufgerichtet. Die Schultern sind runden. Dann hebt man über die Seiten wieder die Arme, führt die Arme nach vorne und hält erstmal einen Ball. Diesen Ball führt man zur Seite, dann öffnen sich die Arme, weiten sich und dann dreht man den Mittelteil des Körpers. Die Bewegung kommt aus den Beinen und aus den Füßen. Und nach und nach sollte das Gefühl der Grenze zwischen der Innen- und der Außenwelt sich auflösen. Bewegung des Ganzheit. Es steht sozusagen, ihr seid Mittelpunkt des Universums und das ganze Universum dreht sich um euch. Das macht man insgesamt neunmal. Dann geht man einmal, führt ihn nach oben und jetzt dreht man den oberen Teil. Auf die Mittelachse achten im Organismus. Es ist nicht so entscheidend, ob der Ball groß ist oder ganz klein, sondern dass ihr hier oben einen kleinen Drehpunkt habt, um den sich die ganze Achse des Menschen dreht, bis in die Füße rein. Auch hier macht man das neunmal. Dann geht man über die Seite runter, führt den Ball nach vorne. Man stellt sich vor, man hat die Welt in den Armen und dabei nicht den Entenpopo rausstrecken, sondern Bauch einziehen. Dann geht man über die Becken aufrichten, dass die Lendenwirbelsäule vor allem hier gestreckt ist. Und dann weite Bewegung. Zum Abschluss steigt man wieder über die Seite, hält einen kleinen Ball, führt diesen Ball vor die Mitte. Den kleinen Ball führt man zum Herzen. Handflächen nach unten drehen. Schultern sind nicht oben, Schultern bleiben immer unten. Nach unten führen. Handflächen zum Dantieren. Und dann wartet man noch eine Weile, bis sich die Atmung beruhigt hat. Dann werden die Hände abgeschritten. Und man geht in den normalen Schulterbeckenstand. Juck. Applaus Vielen Dank.